der 2160 rest für was er schlüpfinger doppelt 20 und das macht er starker check superdarts von marcel schlüpfinger wichtiges 1-0 direkt break ja direkt das vorteil fürs team geholt 17 tats ich auch eine möglichkeit die erste gut steckt warum nicht und jetzt ist die doppel sechs zum erstmals ausgleich und direkt wie break ja also alles offen jetzt wieder das doppel 15 sehr ärgerlich das wieder die doppel 2 und diesmal verheiratet 2224 die wiener schnitzel jetzt muss jetzt wird es wirklich wirklich sehr sehr eng das glück der letzte dat das macht da 22 22 was habe ich da von ihm geht es denn das sei doch ja ich würde sagen die erste aber dann hat man vorhin schon auch türen der haupte rippel aber mit einer 1 und 3 ist das trippel schnell weg und er ist die erste 180 die wir jetzt hier im stream sind das ist eine ganz wichtig sich so dass ja genau 146 ist da wollte natürlich mehr doppelt der doppelt drei und damit kommt es zum traumfinale nur der haupte rippel oder der haupte rippel ja wahnsinn eigentlich also es waren 33 teams und genau diese zwei aufeinander treffen